Willkommen zu Bord 19 von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe Wir spielen heute wieder im 2-Spieler-Modus und zwar 200 Kubikzentimeter Und jetzt bist du die 1, deswegen musst du jetzt mal was drücken Also das ist ja nichts Ding Ja wir werden heute hart ausrasten wie immer Was spielen wir heute? Einen Triforce Cup ist das glaube ich da hinten Nein, aber ich wollte nur mal sagen Ja ideal, oder? Das ist absolut ideal Ach nee, jetzt bin ich die Aha egal Achso, ach ja ist egal So, ich probiere nie wieder was neues aus Warum schalten wir nicht mal Slick frei Die weißen Ready Reifen, guck mal an Ist ja so viel Scheiße noch nie ausprobiert einfach So, also Triforce, ah nee Crossing Oh nö, lol Widerlich Oh man, das hat doch schon wieder nichts Diese ganzen Strecken sind einfach nicht dafür ausgelegt Um 27 Kubik zu spielen, wir sind schon das auf der dritte drauf eingegangen Ach, das wird doch heute nicht anders sein Richtig Ja, außer vielleicht habe ich ja überhaupt Obwohl selbst der schlimm ist, diese scheiß Kurve Ach so, ich bin jetzt rechts Ach so, ich bin jetzt rechts Huch Ach, sie sehen keinen Superstart Ah Achso, ja da war ja was Wann mal als andere müsste passen sind der dritte 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 Euro Mürburgrüder und Mittelabzug ich würde sie nehmen wüsten so wie viele runden sind das 7 das geht doch nicht geht das dann auf der spaß hat mich immer nur grünen gesnipet ja und klappt ihn auf der einen Seite auf der anderen nicht ich sehe nichts geht doch weg mein Gott wenn man irgendwelche Sachen abholen und gar nicht mehr weiß woher ja leck mich doch Hartmann Pitsch die blöde Schlampe ich bin fünf Milliarden Kilometer vor dir du musst mich nicht hier weghauen jetzt bin ich auch ganz okay ich will erst mal tschüss ja fünfter wahrscheinlich fünfter so viele Menschen waren gar nicht auf dieser Strecke unterwegs ja tschüss ich glaube ich habe irgendwie ein 10.000 Mal überrundet ja spaß ist es dir das ist die Käse Strecke scheiße das geht doch gar nicht in zwei Kubik die Dottertroft hängt Mann diese scheiß Löcher scheiß Käse die Kurve habe ich ausnahmsweise ideal genommen idealer Trafo Leute wisst ihr was ein idealer Trafo ist? wenn keiner weiß das Physik sucks idealer Trafo es ist nichts besonders es ist halt einfach nur ein Transformator der ohne Reifeln und alles läuft da kann man easy dran rechnen ja voll viel lang ist mir hecker ach Gott ist eh schneller ich hoffe da irgendwelche scheiße gebaut habe ja ich war halt auch Alter wer lenken die Banane da so hässlich hin oh ja wir sind Nintendo wir denken es ist cool fahren auf Sand so richtig scheiße zu programmieren ja ist das so ah ob das so übertrieben kacke ist das Spiel ne fahren auf Sand ja und das Spiel ah äh Junge ich sehe nichts das Spiel und nicht das Spiel und dann zu gehen ist es ruhig ah der erste Ruf braucht die Schnauze scheiße ich weiß ja nicht wer grad erster ist achso das ist ja ganz praktisch alter er drückt mich halt rein kann man freuen es sind wirklich gleich drei Leute vorbei kein Problem ja Mini macht mich nicht fertig alter äh fahr ich wenigstens auf der Strecke wenn ich klein bin ja ja seit wann seit wann seht der nicht der rum geholt alter wenn das Spiel nicht so scheiße wäre komm rip öh Lenkung muss erstmal nicht reagieren welcher Spaß Mann fahr doch ach ja wahrscheinlich fünfter ihr blöden Spaß was ist das? wie 8er äh scheiße hier ja ist doch hä ich war zweimal fünfter und bin jetzt 6er hä das geht gar nicht na mit wem zusammen halt ne das kann sein das guckt ne das kann sein ne das kann sein doch doch das kann sein ja warum denn dieses Kacklevel äh äh Raumwüffens die Grundfahrt scheiße hier ja falsch Wunderstart Wunderstart Hallo warum krieg ich ein Item Joga wer hat denn zwei Millisekunden nachdem das scheiß Itembox gekriegt hat schon sein Item die NPCs ja deswegen bin ich halt gestorben hier erstmal durch kurven na alter Jesus Christ wie hab ich das überlebt alter wirst du das hier ist ach geil super hier alter verpisst euch bitte ja nützlich halt dann bin ich komplett rum geflogen oh er hat sogar in einem Gewicht ja die Abkürzung geblieben ja rüber ja komm hier erster da kommt das mit aufs schluss mich direkt mal aus dem Weg gehen aber dann hast du alles aufgeräumt halt aber und ich bin immer noch Zehnter fuck alter ja genau ja wahrscheinlich fahren hier 5 Leute vorbei set für ein neues Mario Kart alter ohne Witz da war ich da war es meine ich wo das Gewitter wo soll es denn hin in Deutschland so warte jetzt muss ich mal hier noch aufräumen hä die Lenkung reagiert einfach nicht die reagiert auch viel zu stark man kann über über kleine Grasflächen immer schon so schön drüber hüpfen das ist lustig auch ich bremse nicht idiot nur was nützt mir denn ein Pilz was nützt mir denn Items ja was nützt mir Items wenn ich sie nicht kriege fuck ja wahrscheinlich geht die auf mich wenn ich da grade spawne du blöder Spaß das hab ich jetzt gespeichert alter Screenshot Mann also dieses Spiel das geht doch so auf ich sag guck jetzt bin ich fünfter wo ich einmal was gemacht habe ja war es erfolgreich ich hab grad irgendwas geschwein auf dem Video ich glaube wenn du gerückt hält machst du vielleicht ein Video ah ja wann ist das denn vorbei ach so ja passt schon ja ah jetzt wirds immer schlimmer ey man ich hab schon keine Stimmung und ich früher trotzdem rum ey was soll das denn oh ja ich hab schon einen Säckl und du ich hab schon 2 Säckl was 2 Säckl 2 Säckl 2 Stammys erstmal 90.000 kriegen weil das macht nur blöder Wings ja Link dazu ist in der Videobeschreibung nicht natürlich nicht es ist irgendein Part ja größer Betrug so heißt der Part es ist Part 3 es war auch echt der übelste Betrug das ist nimmer Clickbait ley vor allem der erste Part davon das hat ja irgendwie 600 Aufrufe oder so weil jetzt keiner Let's Play hat den Dreck ne das ist ja auch gut so ja absolutes scheißspiel wie viel Prozent hast du gekriegt 30 von uns oder ne ne weniger 30 war mal ein Partiziner ja echt ne ne Mario Party 10 niemals so schlecht ne nicht so schlecht echt wir haben das so schlecht gemacht also aber heute wird es nicht so schlecht werden das ist schon absolut scheiße aber auch nicht so scheiße nein im Vergleich zu Animal Crossing kann man schon mal 50 Punkte raushauen ne ich glaub das aber das waren wir doch bei 15 oder so Alter oder gab's noch ein Spiel was noch schlechter bewertet haben auch ihr Wichser wenn ich einmal erster bin dann kommt immer gleich hier ne blaue ja klar es kann nicht sein dass du erster bist schön auf dem grün lass mir doch wenigstens mal eine schöne Red Shell boah alter die haben ein doch achso ich dachte die hat sich grad selber rausgehauen ja hab halt nach zwei Sekunden gleich wieder deine schöne rote kein Problem Peach kein Problem also das heißt zwei Sekunden die hat das Item und hat das direkt in der Hand das ist absolut Sinn Alter diese Kurve hab ich schon dreimal jetzt nicht gekriegt ja Glück Leben kann es sein dass hier so tausend Leute hier zwischen uns auf dieser großen Strecke sind ja und das jetzt einer mehr ist weil ich keine Ahnung war ein RIP komm schon bitte damit wir uns das Doppel-Item kriegen ich seh mich schon ich seh schon ja das ist ja super ha super geil Hopfer da musst du einfach nur so seine drei Pilze einsetzen oh bin ich noch dritter oder so zweiter leil leil hab sich noch einen abgesunken ist das jetzt möglich da muss man noch was drücken man mach doch mal mal ja den direkt doch an ja mach ich doch jetzt auch ich wills aber nicht sehen und mich jetzt überspringen ja kannst du machen ja kannst du machen unser dritter Vokal bei sechs Cups Wahnsinn komm bitte ich so ein Standort ja das gucken wir uns jetzt an wenn das die Reifen sind dann vorbei dann machen wir noch ein paar nach was man braucht pünktig kann also ne du hast ja du hast ja den Homebutton hoch ja gut äh wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn wir uns gefallen lassen und äh tschüss tschüss wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal